Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Irgendwo rennt hier ein Hund rum und ich glaube Hunde, so wie ich gehört und gelesen... Sind die sehr gefährlich? Danke. Du hängst gerade sehr gut. Das freut mich. Oh, du bist ein mieses Viech. Amaya, Amaya, Kollege. Oh. Terminator, dein Spruch wurde gerade... Warte mal kurz. Wurde gerade diskreditiert. Komm, ihr erlaubt. So. Ja, ich weiß nicht, was mit diesem Filter los ist, ehrlich. Einer Stein aufheben, ja. So, der Typ... Ich muss aber irgendwie... Ich muss weiter üben, Leute. Ich muss hier üben, üben, üben. Kann man die nicht... Ach, wenn man so ein Knochenmesser hat, glaube ich, ne? Ja, 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 ja. Was ist das? Kann man nicht, okay. So, Pfeile haben wir noch. 12. So, weiter üben, üben. Ich muss hier üben, Leute. Okay, das ging weit drüber hinaus. Okay. Was ist mit ihm los? Ah, okay. Das sieht auch nett aus hier, The Beardent. Aber ich glaube, das schaffen wir noch nicht, ne? Naja, ich werde mir so nebenbei noch eine andere Bude suchen. Eine bessere als diese Kaffeebude da. Mal her, ja. Was denn du Schönes hier drin? Oh. Das ist, glaube ich, immer wichtig, ne? Benutzen. Ich hab benutzt, ne? Ich hoffe, ich hab benutzt. Die Feuerwache, auch gut. Knüppel. Das ist ein Hotel hier anscheinend. Eine Tankstelle. Na, ich gehe davon aus, dass wir da sowieso jetzt noch überall rein müssen, irgendwie, durch irgendwelche Quests und sowas. Schauen wir mal. Keine Ahnung. Was haben wir hier? Öl. Öl kannst du immer gebrauchen, ne? Öl ist immer gut. Verschlossen. Okay. Ich hab noch Dietrich hier, ne? Ah. Hi, cool. Verschlossen. Der Dietrich ist zerbrochen. Also, Herr Dietrich, ich bitte Sie. So, da haben wir noch so einen Kollegen. Muss auch mit dem Nahkampf ein bisschen besser werden hier. Rechtsklick war schwerer Angriff, ne? Stopp. 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 Ja. Kuckuck. Oh, oh. Oh. Nee, ich will nicht mit der Schrotflinte schießen. Das ist ein bisschen lebensmüde. Aber ich hätte schon gern... Ja, komm mal her. Oh, keine Ausdauer. Äh, Moment. Das geht wieder mal voll an ihm. Upsi. Upsi. War's nicht. Hast du noch einen Pfeil für mich? Nee. Nee. Okay, weggespawnt. Ja, hier ist ein Kaffee. Also ich würde sagen, wir gehen da mal rein. Ich meine... Das hat ja natürlich die ganze Tür fast zertrümmert, der Lump. Aber ich wollte gern hier mal gucken, ob wir hier irgendwas finden. Ja, siehste. Hapa, Hapa. Okay. Kaffee, bitte einen Kaffee. Okay, da haben wir aber wieder Wasser gefunden, ne? Wir brauchen aber wirklich dringend einen Topf. Das? Einen Kaffee. Leute, wir sind gerettet. Einen Kaffee. Guten Tag. Papier. Wir können Sachen zerlegen, hieß es, ne? Feilen lassen, Rezepte, Papier kann dann... Ach so, okay. Das sind also wohl extra Dinger. Ach so, ein Käffchen, ne? Ein Feierabend, so ein Käffchen, Leute. Schön, hier gibt's nichts weiter für mich, oder? Gibt's da oben noch? Die sind doch da auch vorne runtergeknallt. Ich könnte mich mit so Blöcken hochbauen, ne? Glaube ich. Okay. Okay. Kommst du nicht hoch? Ah! Warum nicht? Also, geht doch. Hier kam gerade wieder einer. Einer rein. Okay. Ja, der Mais, ja, der Mais, ja, der Mais marschiert. Glaub, das ist keine gute Idee, ne? Da gibt's doch irgendwie auch so Vögel, ne? Okay. Gehst du nicht da raus? Also, geht doch. Oh, siehst du, da haben wir Wasser. Okay. Aber einen Kochtop haben wir immer noch nicht gefunden. Wir brauchen dringend einen Kochtop, Leute. Dringend. Ich sage es, ich betone es extra noch. Dringend. Immer mit hier. So, wie sieht's denn aus? Unsere Ausdauer ist ein bisschen mies. Warum ist die so mies? Weil wir irgendwas zu essen brauchen, glaube ich, ne? Wir haben Hunger. Nutzen. Wildbret-Eintopf. Mh. Oh, das gibt aber Kraft. Das gibt Kraft für den Tag. Oh, wir brauchen immer noch einen Kochtopf. Einen Kochtopf. Wo könnte man einen Kochtopf finden? Wir gehen hier mal rein. Oder gehen wir erst mal entleeren. Oh, wir haben keinen Platz mehr, Leute. Wir flitzen mal eben nach Hause. Weil es ist ja noch... Der Tag ist noch jung. Und dann erst mal entladen. Und dann kurz bevor es dunkel wird, gehen wir mal wieder... Ähm... Äh. wieder ein bisschen so Kram holen. So Steine und Holz und so Kram. Und dann kommt ja auch irgendwann die erste Horde Nacht, ne? Weird, damn. Ich glaub, das da müssen wir auch irgendwann rein. Ich hätt schon gern... Ne richtig geile Location, ne? So ein richtig fettes Haus. Da drüben sieht auch interessant aus. Aber ich muss erst mal nach Hause abladen. Tapp, 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 tapp. Wo ist denn unsere kleine Bude? Da. Ist die nicht süß? Ist die nicht süß? Unsere erste Bude, hm? Sagt schon. Ich find die süß. Ich hoffe, hier ist keiner reingewandert in der Zeit. Sicher ist sicher, ne? Sicher ist sicher. So. Auf die Tür. Zu die Tür. So, warte mal. Die Baumatz. Die Baumatz. Die hauen wir mal da rein. Ich glaub, das ist wichtig. Das ist wichtig. Zement. Waffenteile. Die Robotikteile, okay. Okay, hier kommt auch da hin. Papier nehmen wir auch da mit. Pflastersteine. Alles klar. So, in die andere Kiste machen wir so ein Kram rein hier. Hauen wir mal den Honig mit rein. Messing. Jeton aus dem Dukes Casino. Nehmen wir da mal Messing, nehmen wir mal mit rüber. Das ist alles Krimskrams. Öl machen wir auch mal darüber. Das Geld packen wir auch mal da rein. So, da sind wir doch wieder leer. Sehr schön. Wir brauchen einen Kochtopf, Leute. Es nützt nix. Es nützt alles nichts. Wo kriegen wir so einen blöden Kochtopf her? Einen Kochtopf für den Papa. Bitte, bitte einen Kochtopf. Bitte, bitte einen Kochtopf. Hier gibt es nichts für uns. Da bist du mal, glaube ich, wirklich in so ein Haus rein, ne? Was ist das? Goldruten-Tee und? Okultes... Ok. Okultes irgendwas. Rundehütten sind immer nicht so gut, ne? Ich glaube, der hat schon hinter sich... Wo ist denn mein Speer? Hier. Ja, bitte? Oh. Hier war wohl auch mal ein einsamer Ritter. Hallo. Was war das? Guten Tag. Jemand zu Hause? Ich hab's gewusst. Wie viele sind denn hier drin? Wo bist du? Hier. Stopp. Du wieses Viech. Stell wieder zu. Ist noch einer. Digga. Erschreck mich nicht so. Das Ehepaar noch zu Hause gewesen, weißt du? Hab ich ja nicht gewusst. Hätte ich das gewusst, wäre ich nicht hergekommen. So, man kann alles abbauen, hab ich gehört, ne? Ist das doch richtig so, ne? Ist doch... Was krieg ich denn, wenn ich so ein Bett abbaue, zum Beispiel? Stoff. Okay, und so ein Computer? Oder ist das der Tisch, glaube ich, ne? Aha. Ein Bürostuhl. Den nehmen wir mit. Den brauchen wir zum Zocken. Nein. Ich muss das mal ändern. Eben, hier wartet mal, Leute. Ist ja irre, wenn man das hier... So. Haben wir schön Kaka gemacht? Verschlossen. Hier kriegst du aber auch nur so Stoff raus, ne? Holz und Metall. Oh, ach so. Nee, hör. Da war die am Wand... Oh, im Wandschrank war der Typ drin. Oh, geil. Was ist das Schönes? Benutzen. Und das ist... Auch sowas. Irgendwas Rüstungstechnisches. Du hast Maschinengewehre... Irgendwas habe ich gelernt. Bin ja stets bemüht, etwas zu lernen, Leute. Oh. Auch cool. Schon sind wir wieder voll... Das ist ja echt irre, oder? Selbstgebautes Schrotflinte freigeschaltet. Oh, sehr cool. So, eine nette Bude hier. Mikrowelle unberührt. Und... Noch ein... Alter Herd. Na, ist aber ein Alter. Das brauchen wir nicht. Ich brauche einen Kochtopf. Leute, ich brauche einen Kochtopf. Ich suche Kleiderhaufen. Oh. Oh. Was haben wir hier noch? Nichts. Oh. Eine Sportmasche. Das ist, glaube ich, gut. Ein Kochgrill. Kochgrill finde ich, glaube ich, gut. So, ansonsten... Oh. Ansonsten sind wir soweit durch, ne? Du hast Rüstungsstufe 1 und Zerlegen freigeschaltet. Oh. Was ich alles freischalte und schon wieder fast voll, Leute. Das ist ja echt irre. Okay, weiter. Ich brauche doch nur einen Kochtopf. Ihr Lieben, einen Kochtopf für den Papa. Was das hier schön ist? Müllhaufen. Das alte verrottete Fleisch. Ist das für irgendwas Nütze? Nicht damit Hundeköder herstellen oder sowas? Das sieht interessant aus. Aber ich glaube, da wohnen welche drin, ne? Wir können ja dann auch mal noch so Aufträge machen. Oh. Was seid denn ihr hier für arme Tropfe? Die Wagner-Resider. Oh. Hi. Mal rein in den Kopf. Ja, komm nochmal hoch. Bitte kurz. Oh. Ist durch jetzt. Ja. Er ist durch. Mal die armen Kerle hier. Oh. Die haben es hinter sich, die Jungs. Ja. Da kommt einer. Ich habe irgendwo einen gerade gehört. Also die Häuser scheinen wirklich alle belegt zu sein. Mit irgendwelchen Leuten. Oh. Messing. Unberührt. Unberührt. Oh. Aloe. Das ist doch, glaube ich, auch wichtig. Oh. So. Hier haben wir noch so ein schönes Haus. Ich hoffe. Oh. Ich hoffe, da. Gut. Ich muss nach Hause schnell abladen. Da muss ich noch, glaube ich, noch drei. Oh. Was ist denn hier los? Da sollen wir wohl nicht reingehen, ne? Ich glaube, das heißt, geht da nicht rein, Junge. Geht da bitte nicht rein. Ne, komm. Wir rasen mal ganz kurz nach Hause zurück. Laden aus. Und ich glaube, ich muss dann nochmal Kiste bauen oder sowas. Unsere kleine Kaffee-Boot. Meine Kiste bauen oder so. Warte, wir gehen vorne rein. Oh. So, die Tür. Zack, 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 zack. Guten Tag. Guten Tag. So, pass auf. Schnell hier rein, das Zeug. Das da kann rein. Das da. Was ist denn das hier? Steroide. Steroide. Das Holz geht da auch nochmal mit rein. Die Knochen gehen da rein. Das geht da rein. Äh, das da. Oh, da ist ein Haufen Platz hier drin in so einer Kiste, oder? Habe ich jetzt mal so den Eindruck. Hier, mein Bürostuhl. Der ist wichtig. Halt, das kommt drüber. Ordnung ist das halbe Leben, Leute. Ich sage durch. Was ist denn das? Bauplan beschwerter Kopf-Mod. Hä? Was machen wir damit? Durch Lesen des Bauplans kannst du lernen, wie dieser Gegenstand gefertigt wird. Los. Lesen. Aloe-Samen. Ach, das sind Samen. Okay, lasst uns mal eben das Ding da hinbauen hier. Den da. Ja. Dann brauchen wir noch einen Kochtopf. Wann die nicht irgendwie herstellen? Oder bin ich noch zu doof dafür, ne? Kochtopf. Eisen. 31 und Lehm. Da brauchen wir doch, glaube ich... Warte mal, Eisen und Lehm hatte ich doch einen Haufen. Äh. Eisen. Und Lehm. Ja. Aber, was brauche ich dafür? Ich glaube, eine Werkbank oder so ein Scheiß, ne? Brauchen wir dafür eine Werkbank? Oh, das ist alles so viel. Auto-Crafting-Kit. Alles klar. Schießpulver, Reparatur-Kit, Baumwolle. Ah. Malerpinsel, Steinachs, Eisenspitzsacke. Alter. Kleidung. Gibt es hier sowas wie eine Werkbank? Ja. Was brauche ich dafür? Für Arbeitsstationen, Level 1 von 10. Ne, auch nicht. Okay. Ne, vielleicht finden, müssen wir das erst noch finden, das Ding oder so. Keine Ahnung. Mach mal rüber. Das Papier nehmen wir auch mal rüber. Und das Zeug packen wir mal hier rein. Irgendwas wird es Nütze sein. Und das Käffchen. Käffchen trinken wir heute Nacht in Ruhe. Goldruten-Tee trinken wir vielleicht auch später. Okay, dann nehmen wir das mit. Das nehmen wir mit. Sieben Pfeile ist viel zu wenig. Fahre ich euch, wie es ist. Aber was willst du machen, ne? Wir brauchen einen Kochtopf, Leute. Weil ja, war so, dass ich den... Den musste ich doch herstellen können. Sag mal, was brauche ich denn dafür? Nee, ich bin irgendwie im falschen Ding. Kochtopf. Was heißt denn das hier hinten? Beschreibung. Jaja, das ist klar. Zutaten Eisen und Lehm. Aber ich kann es nicht herstellen. Was kann man denn hier? Warte mal. Erntewerkzeuge. Bögensperre, Handball, blablabla. Wettmäßig noch nicht. Nee, lass uns einfach weitersuchen. Wir werden schon was finden. Wir werden schon was finden. Wir knacken jetzt hier einfach mal irgendeine Bude auf, irgendeine große. Dann werden wir schon irgendwas finden. Den Grill haben wir auf jeden Fall reingepackt ins Auto. Unberührt, okay. Ah, 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 ah. Ich bin einfach, du knorpt mich hier an. Ich schaffe mich an zu knorren. Ah. Du Hund. Hör auf damit. Da ist noch einer. Du. Bleib ruhig. Ich habe keine Ausdauer. Warten Sie ganz kurz. Oh. Was haben Sie denn fallen lassen? Oh. Da bist du noch nicht mal drei Minuten von zu Hause weg und schon ist die Karre wieder voll. Tims Bier and Likör. Oh. Der Tim sein Likör. Das ist toll. Hier gibt es doch bestimmt... Alle reinhören. Ich habe es gewusst. Wo ist er? Da. Kai aus der Kiste. Oh, oh. Das war nicht gut. Hallo junge Frau. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Guten Tag. Kommen Sie raus. Kommen Sie raus. Stirb. Wesen des Teufels. Hörst du zu? Ja. So. Jetzt suchen wir mal hier durch. Noch ein Säftchen. Siehste. So ein Kram. Das kann ich nicht. Aha. Was mache ich jetzt hier damit? Echtes Kaufen? Ich habe kein Geld. Eine Dose Nudeln. 180. Ah, dafür. Ach so. Da brauchen wir mal die Kohle. Ah, okay. Alles klar. Das wäre ja schön, wenn wir so einen Automat direkt in der Nähe hätten. Aber. Ich brauche einen doofen Kochtop. Verdammte Axt. Schnapshaufen durchsuchen. Jawohl. Holzregal. Was haben wir hier? Fässchen. Durchsuche Regal. Jawohl. Machen wir. So ein Plastikkram findest du hier tonnenweise. Hallöchen. Was ist das? Heidelbeersamen. Oh, hier kannst du auch anbauen und so Kram, ne? Und das ist nicht zu knapp. Oh, oh. Ja, oder was? Ah. Brauche bitte einen Kochtop. Was ist denn? Was zeigt mir denn? Ein Kochtop für mich. Aber ein angefressenes Sandwich. Das ist gut. Oh. Berührt. Den war mit. Ja, der Mais. Ja, der Mais. Ja, der Mais. Marsch. Ja. Okay. Mülleimer ist nicht für uns. Oh. Außen Lager. Moin. Junge Frau. Sie sehen aber nicht nett aus. 65. Rein ins Gesicht. Warum wird denn das hier so dunstig plötzlich? Habe ich was gemacht, was ich nicht hätte tun sollen? Ah, es regnet. Ah, cool. Trübes Wasser. War alles so, wir hätten wie ein trübes Wasser? Oh, das sieht doch toll aus. So, ich habe jetzt da wirklich Schiss reinzugehen. Verschlossen. 10.000 Jahre später. Ich will da jetzt rein, wisst ihr? Ich will da jetzt unbedingt rein. Jetzt ist es halt da. Ich muss halt da rein jetzt. Was soll ich machen? Der Drang, dass ich da reinkomme, ist einfach... Okay, höher. Und solange es die Möglichkeit gibt, dass wir hier alles aufbrechen können... Und das kannst du, glaube ich, in dem Spiel. Das dauert halt nur. Jim and Tim's Bullets and Bow's. Ach, das ist jetzt... Das ist jetzt die Typen drin, oder? Mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Tag 2, Zeit 12.35 Uhr. Ich komme da schon durch. Ich mache mir da gar keine Sorgen. Da, 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 da. Ich bin der kleine Mainzelmann. Hahaha. So, bin bereit. Da geht's hoch. Ein bisschen Neset. Nee, den Stuhl lasse ich jetzt mal hier. Schnapshauf groß. Jawohl. Sehr gut. 8,99. Der Preis ist wie bei uns. Ödland-Schätze. Alles ja toll. Ach, hier habe ich da auch noch ein bisschen was zu lesen. Messing. Wusstest du, dass viele Türknäufe und Bestandteile wie Scharnierer Messing gemacht werden? Patronenhüsten sind aus Messing. Lerne, wie du Messing aus Türen sammelst. Hat das hier gerade geblitzt? Habe ich zu schnell gesammelt? Nochmal Wasser. Wenn ich jetzt nicht bald so einen Kochtopf finde hier, dann... Und flippe ich quasi aus. Und ich glaube, jetzt kriegen wir da oben auf den Sack, oder? Oh, nö. Vogelnest? Keiner hier? Nö. Oh, oh. Oh. Nehmen wir mit. Noch ein Vogelnest. Ach, nicht schön. Bitte? Was ist das für einer? Ist du... Au! Bist du bescheuert? Nein, was ist denn jetzt schon wieder? Da kommt noch ein Vogel. Nein. Schon stirbt da, weißt du. Das sind die Typen, die ich hätte umbringen sollen, bestimmt. Das ging daneben. Das ging definitiv daneben. Komm, lad doch nach. Jetzt aber, bin ich zu blöde? Bin eindeutig zu blöde. Nein, was machst du denn? Hör doch auf. Oh. Alter, schmied. Moment. Vantage brauche ich noch nicht. So, kommt her jetzt, Jungs. Ich bin da. Ja, hau deinen Kumpel. Wie du willst. Einer ist hin. So, einer noch im Sinn. Ich habe keine Ausdauer mehr. Lalalalalala. Einer geht noch. Tschüss, du Lump. Was ist das hier? Okay, was auch immer ich getan habe. Bestimmt. Durchsuche. Jetzt haben wir hier wieder Plastikteile. Okay. Fässchen. Sprit. Das ist ja eine Goldgrube hier. Was ist das? Jägermod. Herzeigen. 25% Schaden an allen Tieren. Aha. Kann man die nicht. Warte mal. Verändern. Und was mache ich jetzt damit? Ah. Also wenn dann nachher wieder so ein Viech kommt, sind wir ja ein bisschen gewappnet, ne? So, das habe ich irgendwie ausgemacht. Was auch immer es war. Nägel sind bestimmt auch wichtig. Oh, Munition. Zweimal Shotgun. Das ist gut. 30 verballerst du und 2 kriegst du wieder. Mistvieh. Guck mal die Knochen. Ich habe doch 3 Knochen. Was kostet mich denn so ein Messer? Noch ein Messer. Kann ich noch nicht, oder? 5. Okay. 5 Stück. So, was haben wir hier? Alter Müll. Nehmen wir mit. Okay, aber es hat wahrscheinlich einen Grund gehabt. Kann man jetzt hier irgendwie in den Laden von oben rein? Ne, ne? Ich glaube nicht. Kann ich das Vieh auch irgendwie so zerstören? Oder dauert hier ewig? Also, ich gehe mal davon aus, dass jetzt hier hinten. Oh, oh. Oh, oh. Die Hölle los ist. Geh mal runter, komm. Was für eine geile Bude, oder? Money, money. Oh. Ja, sterbt bitte mal ganz schnell. Oh, 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 oh. Gut, man hätte ja... Achso, die können ja auch klettern, glaube ich, ne? Und mein Speer ist, glaube ich, fast kaputt. Ich habe auch kein Reparaturzeug mit. Oh je. Oh, oh. Hundebox sind wir nicht gut. Was ich weiß, die Hunde können nicht klettern. Das ist schon mal... Das ist auch so Brätzeug. Eh, noch ein Knochen. Dann könnte man, glaube ich, das Messer herstellen, ne? Verschlossen. Ich habe Hunger, ich habe Durst, ich bin kaputt. Oh, warte mal. Okay. Hau dir mal rein, das Zeug. Acht Minuten. Okay. Ich bin völlig kaputt, das merkst du gar nicht in dem Spiel, ne? Hallo? Oh nee, komm. Sahine. Stürb. Stürb. Verfaulter Müll. Nehmen wir mit. Nochmal Papier. Okay. Metalltisch. Noch mehr Nägel. Oh. Das sah gut aus. Wo war das? Da lerne Dutzende fantastische Gerichte zuzubereiten und werde Meister kochen. Noch ein Messer herstellen. Das können wir doch jetzt benutzen, um die Viecher, ne, hier zu schlachten und so. Oh, rottetes Fleisch. Was macht man denn da mit Nahrung 1, Gesundheit minus 3? Nee, ich weiß weg, komm. Das wollen wir nicht. Ja, was haben wir hier? Zerbrochenes Glas. Weiß ich nicht, ob wir damit schon was anfangen können. Kaffee. Kaffee ist immer gut. Den will ich nicht. Okay. Das ist nicht für uns. Okay. So, entriegelt. Geil. Wo bin ich denn hier gelandet? Einer? Ja, ja, komm. Komm schnell. Komm, komm, komm. Bevor wieder mehr werden aus dir. Au. Oh, du Penner. Au, hau ab. Du musst die echt gut treffen, ne? Das ist halt wirklich verriegelte Versandkiste. Oder war... Okay. Los. Warte mal, wo war das? Wo war das hier? Du hast Handfeuerwaffen, selbstgebaute Pistole freigeschaltet. Oh. Oh. So, was haben wir hier? Klamotten. Wer damit. Okay, Stofffetzen brauchen auch kein Mensch, aber... Hallo, Junge. Ist hier Klamotten für mich? Nee, es gibt immer nur Stoff, ne? Off. Und das? Ein halber Hase? Leder. Achso. Ich bin, glaube ich, ganz schön überladen, Jungs. Wartet mal. Wo bin ich denn? Ich bin da. Den Händler brauche ich jetzt so nicht markieren. Den finde ich. Ich mache mir da mal so einen Wegpunkt hin und rase mal nach Hause. Wenn ich hier wieder hereinkomme, irgendwie, ne? Verschlossen? Die Tür ist verschlossen, aber ich komme trotzdem rein. Auch nicht schlecht. So, Jungs, du bist auch fertig, oder? Mit der Welt, ja. Ja, da müssen wir übers Dach. Okay. So, mein Bettchen ist da hinten. Okay, also einfach raus und geradeaus. Da haben wir den Laden wieder. Okay. Ich komme hier hinten raus, ja. Nee, Quatsch. Hier bin ich ja hochgekommen. Mal gucken, wo wir jetzt hier rauskommen. Ja, durch den Laden durch, ne? Wir haben ja keinen Kochtopf gefunden. Das nervt mich etwas. Hier ist auch eine Schnörne. Scherben. Scherben, Scherben. Hier ist entriegelt. Okay. Oh, moin. Moin, mein Freund. Direkt ins Gesicht. Der Knüppel ist ja auch nicht schlecht, ne? Du bist ein bisschen größer wie alle anderen. Kann das sein? Bist du der große, dicke Nachbar? Tag. Okay. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Hier stöhnt immer noch einer rum. Das kann man kaputt machen, soweit ich weiß. Okay. Komm ich hier durch? Hier waren wir ja vorhin schon drin, ne? Genau, das war die Bude. Okay. Bin total überladen. Ah, verdammt. Das kann ich mal essen, glaube ich. Das haue ich mir mal rein. Blei. Ich glaube, Blei brauchen wir jetzt noch nicht, ne? Diese bedrohliche Musik hier. Da rennt ein Huhn. Huhn. Ich muss in mein Bett. Hinten. Das rast übers Auto. Oh, ich bin völlig kaputt. Oh, ich bin ganz schön kaputt. Müssen mich da irgendwie hinschleichen. Open. Gehen wir auch dann rein. Oder waren wir da schon drin? Ich glaube, da waren wir schon drin, oder? Keine Ahnung. Warte, ich muss ja außen rum. Ja, so richtig so Gun und sowas haben wir jetzt nicht gefunden, ne? Oder so geile Kleidung oder so. Sofern es sowas gibt hier, ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal wieder ausleeren, dass es hoffentlich keiner sieht hier. So. Rein hier. Idiote Stube. Will dicht machen. So. So war der. Äh, da hoch. Oh, der ist völlig fertig. Der Junge ist ja völlig kaputt. So. Baumatz. Zack, zack, zack. Jeder ein Rack. Rack. Handwickel. Leder, das kann da hin. Messing. Schießpulver, okay. Entsehen. So, dann haben wir hier. Das können, oh, Bier. Oh, Bierchen. Das kann auch darüber, das kann auch darüber. Wahrscheinlich alles wichtig. Moment, das muss ich nochmal eben umsortieren, sonst zieht ja hier keiner mehr durch. So. Dann haben wir noch Zwirn, Papier. Und ich muss mein Zeug reparieren. Ja, ne? Und zwar. Das kann ich nicht reparieren, oder? Den Knüppel. Reparieren. 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 Kann ich die reparieren? Nee, leider nicht. Aber das Ding, was ist damit? Oh, ja. So. Pfeile. Ähm, Federn. Okay. Federn, Jungs. Federn. Da. Da. Ba, 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 ba. Zwölf Stück. Da immerhin. Zwölf Stück. So, und die Munition für das Gewehr, die könnte man euch auch rüber machen. Ja. Sollen wir kurz warten, bis die Pfeile fertig sind? Fertig. Okay. Dann hauen wir das auch erstmal wieder rüber. Und das Geld. Muss man das Geld mitnehmen, nö, ne? Was sind das ja eigentlich? Vitamine. Krankheitswiderstand 100%. Erschöpfung heilen 100%. Oh. Das ist ja auch nicht schlecht. So, wir haben es 17.27 Uhr. Ich habe immer noch keinen Kochtopf gefunden. Speed. So, wir gehen mal wieder zurück zu Jimmys. Jimmy Pimmi. Muss man hier wieder übers Dach flitzen. Und wir haben immer noch keinen... Kochtopf. Irgendwie muss man den selber herstellen. Sieh dir unsere Spikes, Geländefahrzeuge und Gyrocopter an. Hey, sehr gut. Habe ich gemacht. So. Mach zu. Zeig der mir den... Ach so, dieser Metallstuhl. Okay. Metallstuhl. Hier gibt es auch nichts weiter, ne? Genau. Gehen wir mal rüber in den anderen Laden. Ich glaube, da... Da finden wir bestimmt noch irgendwas. Ist auf jeden Fall schön, dass man das hier markieren kann. Finde ich klasse. Diese blöde Musik hier, weißt du? Diese bedrohliche Musik. Wir haben doch eigentlich alles platt gemacht, oder? Ah ja, ich habe ja... Eingestellt, dass die neu spawnen, ne? Gut, das ist natürlich doof. Auf Fasern. Nein, ja, komm, wir nehmen mal den Stein auch noch mit. Und dann nochmal rein hier eben. Einfach gucken, dass wir hier alles haben. Weil da hinten waren wir auch noch nicht. Okay. Dietrich. Herr Dietrich. So, die haben wir. Okay. Ich höre noch was genommen. Kartoffel. Durchsuche Waffenständer. Ah. Bunkerknacker-Mod. Okay. Aber die haben ja nichts für uns. Noch ein, ja, toll. Noch ein. Munitionsvitrine. Ah, Munition. Okay. Ich habe nichts gesagt. Na ja, ja, ja. Und dann kommt noch so ein Wetter dazu. Okay. Das. Bekräftigende... Okay. Und hier. Oh, noch viel Zeug. Und schon wieder voll, ey, weißt du. So, guck, guck. Hier geht es ja runter in den Keller. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Habe ich irgendwas Schlagkräftiges außer diese blöde... ...Narre? Aber was haben wir denn hier alles Schönes? Bunkerknacker-Mod. 25% mehr Schaden gegen Stein. Und das ist, wenn die Gesundheit unter 50% sinkt, wird alle 5 Sekunden ein Gesundheitspunkt gewonnen. Okay. Kann ich das hier anbauen? Ja, die beiden, ne? Achso. Dann ist das quasi getauscht. Okay. Und hier kann ich nichts ändern, oder? Auch die Jäger-Mod könnte ich da drauf bauen. Okay. Ich habe wieder voll. Ey, Leute, das ist doch nicht normal. So, was gibt es jetzt hier unten? Moin. Oh, oh. Da ist einer. Nein. Oh, oh. Oh, 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 oh. Jetzt haben sie mich aber ordentlich gewickelt, die Burschen. Oh, 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 oh. Hier komm ich raus. Ja, okay. Oh, die Tür ist kaputt. Scheiße. So, kurz Ausdauer. Warte, 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 Junge. Bleib still, bleib still. Okay, liegt. Ich bin vergiftet oder sowas, ne? Rein damit. Keine Ahnung, ob es was bringt. Wo ist denn hier noch einer? Verdammte Axt. Der unten? Irgendjemand klopft irgendwo rum. Hier. Forscht der Grobe. Der ist durch. Schau mal, kein Krach hier, Junge. Wir sind eine Popokalypse. Hier ist noch irgendwo einer. Boah, ich geh mal da. Wo bist du? Wo bist du? Komm, zeig dich. Hä? Ich glaube, da oben, oder? Ja, Depp. Das ist verschlossen. Nur dann. Da ist das so. Irgendwas habe ich eingesammelt. Ich weiß gerade nicht was, aber ist egal. Verschlossen. Versiegelte Faser. Was ist der? Wo ist denn der Typ? Keine Ahnung. Ich habe einen Topf gefunden. Ich habe einen Topf gefunden. Komm, schnell alles rein, sacken und nischt wie weg. Nischt wie weg. Keine Ahnung, wo die jetzt gerade ruckklappen. Ich glaube, draußen. Was? Was haben wir hier? Bist du es leid gemobbt zu werden? Ja, ja. Ich muss hier später wirklich nochmal herkommen. Ich komme jetzt hier echt nirgends wie. Ich bin schon wieder total überladen. Ich muss dann nochmal her. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, eine Heile rauszukommen. Ja, 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 ja. Ich hau. Wo sind denn die typischen Sachen? Die auf dem Dach oben oder was? Hör mal zu. Ist verschlossen. Und ist jetzt offen. Honig. Ja, zu Hause habe ich Honig, ne? Hier sind sie. Da schaut ihr an, der Typ. Okay, dann ist ja gut. Lass uns schnell. Lass uns schnell nach Hause flitzen. Ja, weil es ist schon 20 Uhr. Und ich glaube, das wäre da nicht so gut. Ich hoffe, uns sieht hier keiner reinrennt, dass uns hier nachher gleich die Leute auf den Keks gehen. Ich glaube, es sieht gut aus, ne? Ja. Das ist hier eigentlich. Überladen, komplett. Oh, schnell zu, schnell zu, schnell zu. Mein Bein ist auch gebraucht. Ach, verdammt. Sag doch nicht sowas. Sag doch nicht sowas Böses. Mein Bein ist nicht gebraucht. So, warte mal. Pass auf. Zack, zack, zack. Erst mal diesen ganzen... Was ist denn das hier? Eisenbolzen für Armbrüste. Okay. Pfeilspitzen aus Stahl. Oh. Schmerzmittel. Ich glaube, Schmerzmittel ist gut, oder? Aber wir wollten erst mal Antibiotika gucken, hast du gesagt, ne? Dieser Honig. Ach. Komm, wir mal. Die grünen... Ne, das ist, ähm... Vitamine, ne? Aber so Schmerzmittelchen. Rein damit, komm. Zack. Okay, ich glaube, es sieht alles ganz gut aus. Wenn wir erst mal eben unseren Kochtopf dahin bauen. unseren geilen Kochtopf. Zack. Geil. Huh. Dann lass uns direkt mal Wasser abkochen. Ich hab doch irgendwo Holz gehabt, ne? Holz, ja. Warte mal. Ich muss mal irgendwie... ...den Stapel links klick und halten. Ziehe, um einen Stapel zu nehmen. Das ist soweit klar. Das ist klar. Rechts klick, halten und ziehen. Einen halben Stapel zu nehmen. Ah, ja. Okay. Hätten wir das auch rausgefunden. Warte mal, dann nehm ich mal unser ganzes dreckiges Wasser. Wo auch immer das grad ist. Hat das ausgekuddelt? Äh, äh. Nicht, oder? Warte, bin ich grad blind. Ach, ne, das hat man in dem Dings drin. Ja, ja, alles gut. Alles gut. Oh, 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 oh. Alles schlimm ist. Was soll ich machen? Drücke eben. Kann ich denn? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oho. Reparieren ist ja eine feine Sache, aber ich weiß nicht wie. Ge-Eon-Block aufzuheben. Aber die hören dich halt trotzdem, ne? Ist ja blöd. Naja. So, weiter geht's hier. Ich muss jetzt immer irgendwie... ...einschalten. Das muss ich ja reinnehmen, ne? So, pass auf. Kochen, kochen, kochen. Wasser. Wasser, da. Komm, jetzt. Nicht da so viel raus? Hä? Ach, das ist gesteckt. Ach so, okay. Oh, nee, Leute. Also ich muss hier irgendwie... ...schnell weg. Ist ja nervig, Leute. So langsam wissen sie, wo wir wohnen, ne? Frau Krankenschwester, schönen guten Tag. Oh. Hey, bleib unten. Oh, nee. Junge, Junge, Junge. Bin so fast schon kaputt. Musst dringend... ...irgendwas tun. Oh, scheiße. Ich bin ganz kaputt, Leute. Ich muss dann mal gleich mal gucken, wie ich mir so einen Reparaturhammer herstellen kann. Da ist das irgendwie... ...each, keine Ahnung. Bin mal zusammen raus. Raus hier. So. ...eine Stunde, neununddreißig. Mein Knochen ist kaputt. So. Das sieht gut aus. Prost, ihr Säcke. So. Bisschen Durst habe ich gelöscht. Sehr gut. Immerhin. Okay. Rezepte. Ach ja, da kann man achten. Ah, okay. Das ist gut. Alles herstellen. Auch nicht. Sehr gut. Ist das jetzt bei mir im Inventar oder ist das jetzt in dem Ofen drin? Eine Frage, ne? Naja. Alles wird gut. Alles wird gut.